Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Bulgur's Gate Nummer 3. Ja, äh, heute... Also, heute, also, wie soll ich sagen, heute... Ich habe Angst. Ich habe mehr Angst, als gegen alle Goblins zu kämpfen. Ja, wir, äh... Ich würde sagen, wir gehen mal zu Bett und gucken, was passiert. Ja, kein langes Vorspiel, im wahrsten Sinne. Ich glaube, ich glaube, heute Nacht werden wir, ähm... Heute Nacht werden Schlachten geschlagen. Okay. Nicht so gewalttätig, wie ich dachte. Doch ein wenig verspielt. Herren-Slipper. Oh. Oh, ähm, das, ähm... Ich gebe nicht nach. Und ihr solltet es auch nicht tun. Zeigt mir euren Zorn. Ja, let's go, komm, wie das machen wir. Ja. Ich bin bereit. 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 You awaken pain. What? Your back, your hands, even your tongue ache. It's time to rise. Dawn is upon us. Wartet, nur einen kleinen Moment. Die Nacht war wundervoll. Ich... Da fehlt noch ein paar Szenen, finde ich. Also ich weiß, wie es euch geht, aber da hätten ruhig noch zwei, drei Szenen. Da hätte ruhig noch ein bisschen Sequenz. Also ich... Die Nacht war wundervoll. Ich habe sie sehr genossen. Warum so eilig? Entspannt euch. Rastet. Wartet. Nur einen kleinen Moment. Hm. You do look peaked. Very well. Take your moment. Das meine ich nicht. Können. Was kommt nun für uns? Kommt wieder ins Bett. Es ist noch früh. Ja, ne? Können wir uns vielleicht bald wieder lieben? Ja, hier. Kommt nochmal. Oder? Kleine Ehrenrunde. Also, ganz ehrlich. Einmal ist keinmal. Da kann man ruhig nochmal... Time for pleasure has passed. I might take more later, should my whims so carry me. Up now. The sun soon rise. Every breath, every blink proves exhausting. A long day awaits you. So, huch. Hä? Wie kommen wir denn jetzt hier wieder hin? Hä? Wir sind ja wieder im Lager. Hm? Ich habe es euch vielleicht nicht ges... Huch. Ich habe es euch vielleicht nicht gesagt, aber wir haben heute etwas vor. Heute werden wir alle knallen. Oh ja. Alle sind horny und wir gehen alle durch. Wir machen es einfach. Ist doch egal. Und am Ende, ja? Mit dem finalen Ergebnis gehen wir dann raus. Aber eine Person nach der anderen wird jetzt einmal von Karren gespannt. Oder vielleicht auch umgekehrt. Ich weiß nicht genau, was uns hier erwartet. Ich weiß es nicht. Wir ziehen einfach komplett durch. Die ganze Gang ist so thirsty. Was soll ich euch sagen? Wir erforschen auch die tiefen Wege. Es wird ganz wüchterlich. Alles wird ganz komisch. Ich habe mich nie als Heroin gebildet. Ah, ja. Ich dachte, ich wäre derjenige, die zuerst für so viele Leben zu retten. Und jetzt, dass ich hier bin... Ich hasse es. Ich hasse es. Das ist schade. Ja, aber da sind wir jetzt. Und da müssen wir durch. Da müssen wir jetzt alle zusammen durch. So, ihr habt was Gutes getan. Kommt schon, vergnügt euch. Ich probiere das mal. Hm, hm. Ja, ein bisschen Spaß. Was könnte das wohl sein? Hm. Ich weiß nicht. Was ist denn eure Vorstellung von ein wenig Vergnügen? Ja, dann würde ich sagen, ab dafür. Oh, ich bin auf einmal sehr müde geworden. Die Gespräche mit den anderen interessieren mich auf einmal gar nicht mehr. Obwohl, doch, warte mal, ganz kurz. Das Gespräch mit ihr interessiert mich, weil jetzt müsste es ja anders verlaufen. Das ist so cool, dass sie trotzdem alle darauf reagieren. Also egal, wo man sich, mit wem man sich und so, vielleicht können wir uns dann anderen mal kennenlernen. Hm. Mir gefällt euer Tonfall nicht. Ich bin zufrieden mit meiner Entscheidung. Ich bin dankbar für eure Hilfe. Ihr kämpft vorzüglich. Ja, den Knall war auch noch, keine Sorge. Das ist gar kein Problem. Wo ist denn, wo ist das Eulenbaby? Nein. Ähm. Okay, sie klang jetzt aber ein bisschen und ganz ehrlich, wir wissen auch, wie ihre Hände sich anfühlen und alles. Das haben wir im letzten Durchgang schon gehabt. Und jetzt gucken wir mal, äh, wie der kleine Vampir sich macht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na dann. Da, wir gucken mal, wer wir hier wehen hat, ne? Das, äh, gucken wir nochmal. Nichts sagen, noch ist es nicht soweit. Soll ich mich ein bisschen zieren? Hm, ich weiß nicht. Ich ziere mich ein ganz klein wenig. Ein bisschen spielen muss ja dabei sein. Das ist eine interessante Kameraeinstellung. Ähm, grinsen. Ja, und was wollt, wenn ihr versucht mich zu kosten, töte ich euch auf der Stelle. Und was wollt ihr? Tja, das, ähm. Ja, ich weiß was, ich nicke einfach mal. Bis zum nächsten Quickload. I thought so. Ich weiß nicht. Achso, immer noch ein schönes Gespräch. Ich dachte, ich kann mich jetzt zurücklehnen. Dich entspannen und gehen lassen. Darauf vertrauen, dass er dich nicht beißt. Dich spielerisch herumwälzen und ihm deinen Hals bieten. Bleib mir mit deinem Beißern vom Leib. Ich entspanne mich und lasse mich gehen. Ich vertraue ihm, denn er ist so eine vertrauenswürdige Person. Oh Gott, die Augen. Die Crazy Eyes. Er ist so eine vertrauenswürdige Person. Tod. Der gierige Blick gerade. Ja, das habe ich gerade auch schon gesehen. Interessante Narben. Wo habt ihr die her? Er hat sich selbst ziemlich der Artistin und hat seine Slaven als Kanvass benutzt. Er hat das und er schraubt über den Kurs einer Nacht. Er hat viele Revisionen gemacht, als er ging. Uff. Uff. Ist das Gedicht wenigstens gut? Was genau steht da? Ich weiß nicht. Huch, da sind wir ja schon wieder. Hä? Täglich grüßt das Murmeltier. So. Nachdem wir jetzt den Vampir gebimst haben. Wir ignorieren ihn jetzt einfach mal. Äh, und... Die, die Dame? Wo ist denn die Dame? Die Dame ist gar nicht mehr hier. Die hat gar keinen Bock mehr. Äh, ja, wo machen wir jetzt weiter? Wer knackt die Nuss? Warte. Weißt du was? Ich weiß. Ich glaube, ich weiß, wo wir weitermachen. Ähm, da weiß ich zumindest, wo er ist. Wollte der... Was ist denn das hier? Das war der Teufel? Hä? Als ob wir den gerade erwischt haben. Als ob der Teufel uns hinterher spioniert. Wie... Wie erbärmlich. Ah, interessant. Das sollten wir in meinem Auge behalten. Gut, dass wir gerade beschlossen haben, das ganze Lager wegzubimsen. Irgendwie scheint er gerade ein paar Probleme zu... Performance-Probleme zu haben. Aber kein Wunder. Runde 3 jetzt, ne? Aber noch sind wir ja frisch. Ja, ist alles in Ordnung? Ja. Ich bin sehr stolz von dir. Hm. Ein touchless so von mir selbst. Hm. In Wahrheit. I don't feel in a festive mood. And I didn't want to cast a grey cloud over the night. Hm. These people are still in danger. A thousand Perils will still threaten them. They aren't ready to get on the road on their own. Ja, aber heute haben wir gewonnen. Gefahren. Ja, du weißt schon. Your words cheer me more than any party good. Hey. Aber off with you. This is your day. Have a dance. Enjoy the music. Aber wie könnte ich denn ohne euch? Ähm, ich hätte euch gerne dabei. Ah ja. Aber ich möchte mit euch tanzen. In truth, I always enjoyed a bit of pomp. I once beat the Baldrin record for the most Sarabans danced in a single evening. Much to the exhaustion of the good ladies and gentlemen of the gate. I had years of lessons, but in truth, it's all about your partner. You cut quite a fine figure. I can just imagine leading you with an entire ballroom watching. But who am I fooling? I can't go back to that life. Hm. Aber wenn kein Tanz, dann vielleicht ein Kuss. 15. 15. Ah, der ist, äh, puh, da ist aber, wir haben nicht so viel, ja, mal gucken, ob das funktioniert. Okay. 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 Ich verstehe schon. Das ist wahrscheinlich eine Minus Eins, die ich gerade gewürfelt habe. Okay, das Schicksal will ich mir irgendwas sagen. Aber zum Glück höre ich da nicht drauf. Mal gucken. So. Los geht's. Los geht's. Heute wird die ganze Folge lang nur rumgebimst. Natürlich. Entschuldigung, klar. Das war jetzt nicht der Erfolg, den ich mir versprochen habe. Na, ich hab ne Idee. Mal. Gucken. So. Mal gucken, ob das funktioniert. Äh, wer bin ich? Hier, ich mach mal, ich mach mal wieder hier. So. Bumdi bumdi bum, la 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 la, dumdi dumdi dum, schlubdi dubdi du, schlappdi dappdi da. Ne. Warte. Schlubdi wuppdi 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 wupp, wupp. Wupp, 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 wupp. Dupdi dupti dubdi du, duptidu. Dupti dupti du. La 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 la. Äh, guten Tag. Das klingt spaßig. Wie ist denn Tara so? Aber redet nicht von der Katze? Ja, aber da habt ihr natürlich Pech, denn ich bin in Wahrheit, nee, ich nehm den, ich nehm den, oder? Komm, was soll's, ich bin in Wahrheit eine verkleidete Nymphe. Hm. Nein, nein, äh, erzählt mir bitte mehr. Eigentlich hätte ich gedacht, zusammen wären wir wunderbar. Ähm, habe ich gedacht, ja, das, äh, ja, hier. Nicht, nicht aufhören. Was mögt ihr noch an mir? Hm. 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 Hm, hm. Was? Was? Das hat nicht funktioniert? Aber da war doch die ganze Zeit... Alle sind horny! Das müssen wir doch noch mal probieren. Und wo ist denn, wo, warte mal, irgendwer fehlt hier noch, ne? Irgendwer fehlt hier, alle waren noch, ich probier noch mal. Was war das? Verrottener Korb. Und amüsiert ihr euch? Aber... Hä? Hä? Aber okay, wir reichen dafür nicht. Also sie will einen Lover bis zum nächsten Morgen, aber nicht uns. Ich verstehe. Habt ihr in Avernus auch so gefeiert? Verstehe. Ich habe genug Mut zusammengekratzt, um euch zu sagen, wie sehr ich euch mag. Ja, okay. Ja, hat wieder nicht funktioniert. Ah, es hat wieder nicht funktioniert. Erscherlich. Erscherlich. Tja, puh, gut, das ist natürlich jetzt... Ich probier gleich noch ne Runde. Ich probier noch ne Runde. Also, also, Kalach, ne, das wird nicht funktionieren. Klar. Äh, vielleicht können wir trotzdem schönes Kompliment machen, irgendwie sowas. So, und dann, äh, ich geh mal, ich geh mal zu Bett. Reicht. Die Nacht mit Fantasien verbringen, wohin ins Gewebe Gale dich mitnehmen könnte? Zu Bett gehen und auf Träume von Will hoffen. Wat? Aber ich... Was ist denn mit Karglas? Sag mal. Das Spiel scheint mir doch relativ einseitig ausgeglichen zu sein. Ja? Wenn ich das mal so höflich formulieren darf. Ich hab... Karglas, hab ich grad meine Gefühle gestanden. Ja, was ist denn mit Gale jetzt? Oh, perhaps you will be the one taking him. Ah, ein neuer Morgen. Oh, ja, natürlich. Ein neuer Morgen. Täglich grüßt das Murmeltier. So, ich geh jetzt direkt mal hierhin. Aber diesmal schleicht sich hier keiner umher, ne? Ich wollt grad mal gucken, ob der Teufel vielleicht wieder hier durchs Unterholz kraucht, aber diesmal offenbar nicht. Oder wer immer das war. Ich werde ein bis drei Augen offenhalten. Wenn ich jetzt andersrum gehe. Corinna, irgendwas. Oh, wollte sie Will angreifen? Eventuell. War da nicht was? Das war nicht der Teufel. Ich glaube, das war ein Attentat. Verfolgen wir das Ganze mal nächstes Mal, ja? So. Entschuldigung. Ich will das trotzdem probieren, ob das geht. Ich bin neugierig. Ich will wissen, ob das geht. Und dann wieder, was ist denn hier? Ja, die ist echt wunderschön. Was für eine wunderschöne Nacht. Klingt mega spaßig. Wow, erzähl mir bitte mehr von der Katze. Das ist echt mega toll. Sie muss sehr klug sein. Mega deep. Wow, ist sie. Oh, ist das schön. Und wenn sie mich nicht mag, ja, dann weiß ich auch nicht so genau. Ich probier's mal, ja. Ja, sie klingt wunderbar, doch ich hatte gehofft, ich würde euch mehr bedeuten als ein tierischer Gefährte. Mhm. Okay. Ich bin geschmeichelt. Ist es denn wirklich so selten, dass er eine gute Meinung über jemanden hat? One doesn't become the most powerful Archmage in Waterdeep and lover to the goddess of magic herself by having low standards. I assure you, when I tell someone they're wonderful, I mean it. And you are wonderful. Huh, das ist aber, ja. Eigentlich hatte ich gedacht, zusammen wären wir wunderbar. Ja. Ah. Wait. Are you saying... You know what? I think I've clearly had far too much white. And you've had nowhere near enough. I think this is a conversation best held back on. For now. With my condition as volatile as it is, I fear any undue... Excitement... May tip it over the edge. So to speak. Go. Indulge in the frivolities. They're good for the heart. And mine will be all the lighter to see you enjoying yourself. Na gut. Dann ist es ja doch nicht so wild. Es kam mir alles so thirsty vor. Und man konnte sich davor auch nicht verbergen. Oh, den hab ich ja ganz vergessen. Ja, wir gucken mal. Ja, ich, ähm, dachte, ihr wolltet vielleicht was mit mir trinken. Ähm. Mir fällt gerade was auf. Ich sollte vielleicht... Ähm. Von allen Gestalten, die ich vielleicht hätte wählen sollen bei der Maske, ist diese vielleicht am ungünstigsten in diesem Lager. Bei den Szenen, die hier manchmal kommen. Ähm. Ich, äh. Ich mein, das ist eine ausgewachsene Frau. Keine Frage, ne? Aber, ja. Das, äh. Nun. Gut. Ich seh da kein Problem. Ja, ich seh da kein Problem. Dann hast du nie gehört, mich zu singen. Das macht dich sehr glücklich. Vielleicht wollt ihr lieber etwas anderes machen? Hm. Das stimmt. Ja, na gut. Okay. So, da haben wir ja schon. Der Vampir hat ja schon, äh. So, warte. Ähm. Oh, das ist ja lieb. Oh. Aber das Eulenbeerbaby ist trotzdem nicht hier, ne? So, Entschuldigung. Ich musste gerade husten. Okay. Und das mit Will wird auch definitiv nichts, ne? Naja, dann... Dann erfahren wir hier weniger, als ich dachte. Ja, 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 ja. Hals. Ich war's hoping, dass du nicht erinnerst, dass ich nicht erinnere. Ja. In truth. Diese Menschen, die nicht bereit sind, um den Weg zu gehen. Ja, 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 ja. Off mit dir. Das ist dein Tag. Hab einen Schaden. Ich möchte so viel zu sein. Aber, wer bin ich schädet? Okay, wir gucken mal. Naja, natürlich nix. Natürlich gescheitert. Oh, Bonus insgesamt. So nämlich. Wie sieht das denn jetzt aus? Oh, okay. Sie ist nicht begeistert. Wie cool, dass er sich dabei hinkniet. Hä? Das ist halt echt cool. Also diese ganzen Feinheit, also jetzt, ne? Also von den Feinheiten her, das ist schon nice. Aber, auch an diesem Abend, haben wir irgendwen, wir haben doch irgendwen vergessen. Okay, Astarion, dann der Droidenmeister, was irgendwie weird ist. Ach so, Larsael, was ist mit dir? Ja. I smell their blood on you still. Too bad for us both. Your bunk will be quite busy. Wer ist? Take all the pleasures you can, before dawn brings their end. Wie? Hä? Aber es kommt doch niemand. Nein. Äh, aber es, es kommt doch niemand in meinen Bank. Na, wir gucken mal. Na gut, dann zu Bett gehen. Ein weiteres Mal. Ja, dann denke ich jetzt mal an Will. Ich will von Karglas träumen. Karglas repariert. Karglas tauscht aus. So, na dann, noch eine allerletzte Runde. Eine allerletzte Runde. Warte, ich will gucken, was es hier mit auf sich hat. Warte, warte, oh Gott. Hallo Frames, komm mal wieder zurück. La 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 la. Kann ich das beobachten? Meine Beine sind rot. Achso, nass. Korilla. Was tut's? Kann ich selber? Korilla. Er hat Geld geklaut. Das wollte ich gar nicht. Eigentlich wollte ich mit ihr reden, aber naja, da war ein Taschendiebstahl da. Sag mal, kennst du eigentlich eine Korilla? Aber ich glaube, ich kann ihn darauf ansprechen. Das Gespräch hat man schon 70 Mal heute. Deswegen bleibt eigentlich nur eines zu tun. Korilla, also. die letzte Runde. Und so wird es dann sein. Achso, übrigens, keine Sorge, ich mach das dann so. Ich müsste jetzt eigentlich noch mal mit dem gesamten Camp reden, aber das mach ich hinterher. Ja, dass ich dann quasi mit allen noch mal quatsche, weil im Grunde genommen haben wir das schon mal gemacht, ich muss es jetzt nicht noch mal machen, ihr kennt das alles schon. Und deswegen werde ich jetzt einfach noch mal mit Schattenherz reden und mal gucken, was passiert. Und im Anschluss daran werde ich das alles noch mal ohne Aufnahme machen und dann zusammenschneiden in Klammern lassen, damit wir trotzdem mit dem gesamten Lager geredet haben am Ende. Ja, nur, dass ihr euch nicht wundert, dass wir das hier alles auslassen oder so, das tun wir nicht. So. Aber jetzt Schattenherz, meine Liebe. Also ich weiß nicht, ich würde einfach mal vermuten an den Flüchtlingen, so wie ich euch kenne. Gar nicht seltsam. Wir haben das Richtige getan. Hm. Ja, sehr, sehr gerne. Ich komme zu euch, wenn sich die anderen schlafen gelegt haben. Hm, verstehe ich, ja. Ihr seid ja auch keine gute Unterhaltung. Was? Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen heartbroken. Aber so sollte man dann ja auch nicht reden. Oh, was soll ich machen? Meine Gefühle. So. Nur aus Neugier. Sagt sie jetzt was anderes? Nee, ne? Ja. Sie ist ein wunderschön. Oh. All pointy und secretive. But it seems like there's someone very sweet beneath it all. You know? Good to see the two of you getting along anyway. At least one of us is getting a little action. Ja, ich, ganz ehrlich, hab mal gefragt und amüsiert euch. Dann genießt die Nacht. Das haben wir alle. Irgendwie sind die Frames hier gerade, ich weiß nicht, was hier los ist gerade, aber vielleicht mit dem oft, so oft Laden und so. Okay, dann gehen wir mal zu Bett. Dann wollen wir mal. Oh. Das kommt mir bekannt vor. Das kommt mir bekannt vor. Hm. Das würde ich doch... Was genau habt ihr im Sinn? Abgesehen von der Flasche. Auf den Sieg. Aufs Überleben. Auf uns. Auf die Freundschaft. Hm. Aufs... Ich mach mal aufs Überleben. Ach, ja, Entschuldigung, ich wollte... Ja. Survival. Überzeugen ihr zuerst. Davon erzählen, wie du in Baldur's Tor aufgewachsen bist. Ich probe mir zu überzeugen. Mal gucken, was passiert. Mit 15. Oh, das ist aber... Die haben die falsche Kette an wieder, ne? Ja. Ja. Dieser Würfel beringt Unglück. Ich brauch einen anderen. Erneut würfeln. Ich... Ich probier mal. Okay, ich kann keinen anderen. Ich probier mal jetzt. Na, Gott sei Dank. Dann erzählt doch mal. Liebes Schattenherz. Das kennen wir schon. Hm. Falsch. Ihr mögt Nachtorchideen und könnt nicht schwimmen. Das habt ihr mir mal erzählt. Hm. Ich hab's gemacht. Und du erinnerst. You're sweet. There's still plenty of wine, and the whole night is ahead of us. Nearly light. The others will be awake soon. Ihr in die Augen sehen. Ja, ich, äh, wir schauen ja mal in die Augen. Hm. Ich suche nur nach Anzeichen für Cereomorphose. Nein. Ihr seid schön. Auch innerlich. Ihr wisst es nur nicht. Oh. Ich hoffe, es wird noch mehr geben. Me too. Sie küsst. Sie küsst. Und ausgerechnet jetzt haben wir die Gnomenfigur nicht. Nein, ganz und gar nicht. Es hat ein wenig gekribbelt. Nein, ganz im Gegenteil. Hm. Also wir müssen eigentlich nicht, ne? Ich glaube, es ist ein wenig. Ihr liebte, ihr Abend. Nach allen deinen Fällen, es war gut geschehen. Es wird ein bisschen Zeit, bevor du eine solche Nacht gebetetst. Es ist viel zu tun. Und ich habe gesagt, ich würde dir helfen, wie ich kann. Ich bin sicher, ein Kürfer kann sein, von Moonrise Towers. Aber es ist kompliziert. Die Reise, specifically. Es ist extremlich perilös. So, es ist der nächste Morgen endlich und ja, wir haben mit Schattenherz angewandelt. Ähm, was genau ist denn an der Reise so gefährlich? Oh. Oh. Okay, das klingt ja ein Träumchen. Ähm, ich habe wohl keine Wahl. Ich muss einen Weg hindurch finden. Was schlagt ihr vor? Die Kräfte der Absoluten können die Gegend ertragen? Hm. Was schlagt ihr vor? You could go overland. Along the risen road or through the mountains. Easier at first. But you'll run into the shadow curse eventually. Hm. You could also go under. There is a tunnel somewhere in the ruined temple of Saluna. It leads to moonrise towers through the underdark. Oh. A man called Catherick Thorn built a secret stronghold deep down there. before rallying a whole army of Dark Justisius. Shaw worshippers. Dark Justisius? I must see for myself. Aridon and his lot were looking for a way down there. They were promised riches if they retrieved a relic called the Night Song. Oh, huh. But I think there's more. From this stronghold, Catherick's forces could access both the temple of Saluna and moonrise towers. But he was defeated before he could launch an attack. If you can find this place, I'll wager it will reveal a more direct path to moonrise towers. And maybe even bypass the worst of the shadow curse. Okay. Aber, ja. Ich hab den verborgenen Eingang im Tempel der Saluna gefunden. Der Weg ist frei. Ja. Den haben wir schon. Da waren wir vielleicht schon. Da war ich eventuell, äh, ne. Ja, hab ich gefunden. Already? If only I'd gone with you instead of Aradin. I would like to join your camp, if you'll allow me. I can offer my skills, my counsel. I've long sought to return to moonrise towers. It seems our fate have aligned. Es verwirrt mich ein bisschen, dass der Mann in zwei verschiedenen Aufnahmesessions spricht. Ja, ähm, warte mal. Ihr wollt auch nach Mondaufgang? Warum das denn? Unfinished business. And a lifetime of regret to repair. Hm. I helped overthrow Ketheric Thorm and his dark justicias years ago. But I failed to prevent him from unleashing darkness across the region, before he was defeated. Hm. I spent years researching the curse, trying to put an end to it. Nothing has worked. Yet. If I can join you and get close to moonrise, perhaps I can lift this curse. Same as you may find a cure for your infection. Seid ihr deshalb mit Aradin gegangen? Ich dachte, er könnte diesen Weg nach Mondaufgang finden. Precisely. Then perhaps I could have done something about both the shadow curse and Cereomorphosis aberrations. But in my eagerness, I put far too much faith in the abilities of Aradin and his band. Hm. We didn't even get close. Ich verstehe. Und der Hain? I've chosen a successor as first Druid. Francesca of the High Forest. A bird has already been dispatched to summon her. Hm. Wer ist denn Francesca? Da sollten wir noch mal nachschauen. Ja, das war aber sehr schlau von euch. Contrary to how some think of us. We Druids can play politics when necessary. Now we've quite the journey ahead. Best get started. Abgeschlossen, rette die Flüchtlinge. Wir sind immer noch im Lager. Ah. Rette den Druiden Hellsinn. Da ist er auch. Der Morgen danach. So. Ich glaube ein paar Leute werden sauer auf uns sein. Eventuell. Ich glaube, äh. Es ist wie es ist. Schattenherz, können wir nochmal über gestern Abend reden? Ich speicher auch vorher, damit ich nichts Falsches sage. Ja? So. Ja. Ich wollte mit euch nochmal über die Nacht sprechen, die wir zusammen verbracht haben. Ich wollte das sehr gleiche sagen. Als ich mich ein bisschen verarbeitet habe. Hm. Ich kann mich nicht erinnern, die letzte Mal, dass ich so viel mit jemandem verbracht habe. Vielleicht habe ich das nie vorher. Es hat mir viel bedeutet. Du hast mir viel bedeutet. Und das war bevor der Kiss. Ah. Das war ein Fehler. Ciao. Nein. Diese Nacht hat mir viel bedeutet. Und ich hoffe, es gibt noch mehr davon. Das können wir gleich noch machen, ne? Sehr ernsthaft von dir. Aber, geht weiter. Wie geht es euch? Mit uns, meine ich. Oh. Oh. Ihr wart aber, das habe ich gesehen, ihr wart fasziniert, als Helsen die dunklen Justiziare erwähnt hat. Wouldn't you be in my place? Wenn es die kleinste Chance gibt, dass Schar-Worshippers bleibt in unsere Richtung, wir sollten versuchen, sie zu finden. Selbst wenn sie lange weg sind, und das ist ziemlich sicher, von dem wir wissen, wer weiß, was sie hinterlassen haben, für uns zu nutzen. Ich bin nicht mehr, wenn sie nicht mehr, wenn sie nicht mehr, wenn sie nicht mehr, so sehr, 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 wenn ich mich beeile, zu Lady Shah, ich wünsche, sie als ein Dankjustizier. Es gibt noch gar nicht mehr, wie sich mit dir zu vollem, zu Lady Shah, sicher, wenn du sie die Korte der Kirche To become a Dark Justicia is to become the Night Singer's sword arm. Her implement with which she will cast down the unbelievers and win the final battle to restore her perfect, endless darkness. It's all I ever wanted. I prayed it was my calling. But Mother forbid me from seeking to prove myself worthy of the rank. She said I was not ready. Not my mother-mother, I should add. The mother superior, head of Lady Shah's Enclave in Baldur's Gate. Sometimes I wonder if she would ever deem me ready. Das kennen wir alle schon, glaube ich. I owe her everything. And I only wish to serve, yet she can prove... ...inscrutable. Das kennen wir alle schon. Ja, warum macht ihr so ein Geheimnis um einen solchen Ehrgeiz? Er meint ja, sie wird je einlenken. Hm, vielleicht ist sie ja schon da. Aber warum macht ihr so ein Geheimnis um einen solchen Ehrgeiz? Dark Justicias are hated by many. Judged to be ruthless fanatics. Even the few who would accept a follower of Lady Shah would likely bulk at a Justicia in their midst. But there's a simpler answer to your question. I simply forgot about the desire I had until I saw some things that reminded me. Now I can't get it out of my mind. Hmm, aber wen interessiert das überhaupt? Ich weiß gar nicht, warum ihr mir das erzählt habt. Okay, okay. Danke, dass ihr mir das erzählt habt. Auf Wiedersehen. Ich will ja mal ganz kurz noch ein ganz kurz Gespräch. Warte. Ich glaube nichts. Tschüss. Ja, war, war ein bisschen unsicher. Achso. Ja, Moment. Wau, wau, wau. Ich habe übrigens ein kleines Geheimnis für euch. Vor euch. Ja, denn ich habe etwas getan, was noch nicht in der Aufnahme ist. Ich sprach mit der Dame, die hier hinten erschien. Ein kurzes Gespräch, aber ein Gespräch. Und dieses Gespräch... Huch. Dieses Gespräch sollten wir jetzt nachholen, damit ihr das auch mitverfolgen könnt. Auch wenn es nur ein kleines ist, aber es ist ein Gespräch. Ich schnell speichere nochmal. Und jetzt mache ich das, was die ganze Zeit... Ich mache, was mit Cloud-Spiel schon synchronisiert ist. Dann kann ich laden. Moment. Und das habe ich die ganze Zeit wieder gemacht beim Camp-Durchläufen. Ich bin immer wieder auf den hier gegangen. Das sind die ganzen Autosaves von danach. Ich gehe nochmal kurz ins Lager rein, aber dann laden wir gleich wieder das da, ja? 225 muss ich dann laden. 225, holy shit. Quick-Save 225. Ich muss mal gucken, wie groß die Save-Games sind. Wie viel Plattenplatz habe ich denn noch übrig? Ja, warte. Ich mache das jetzt nur... Es ist wirklich nur ein Fitzel, aber ich wollte nicht... Also ich weiß nicht genau, wie ihr schaut oder wie ihr gerne zuschaut. Aber ich möchte halt möglichst viel zeigen immer. Möchte möglichst viel mitnehmen. Deswegen habe ich auch die ganzen Durchläufe gemacht vom Lager überhaupt. Ne, und hier habe ich dann immer... Hier habe ich wieder geladen und dann bin ich immer wieder zu dem hingegangen. Hallo. Hier. So, und... Dann habe ich hier drauf gedrückt, habe da die Aufnahme gestartet. Wieder und wieder und wieder und wieder. Excellent. So. Und dann... Oh, huch, ich bin wieder im Lager. So. Warte, warte. Ich muss nur warten, dann erscheint sie schon. Es dauert nicht mehr lange. Bisschen Timer drauf. Da ist sie. Schönes Gespräch. Ich habe ihr mal Geld geklaut. Entschuldigung. Das ist einfach passiert, während ich dann den Durchlauf wieder vorbereitet habe und da hatte ich keine Aufnahme laufen. Ich wollte es euch nicht vorenthalten. So. Da sind wir wieder. Wieder zurück in der Gegenwart. Hier ist es geschehen. Hier sahen wir sie. Die merkwürdige Person. Wer immer es war. Was immer sie wollte. So. Hey, Kalach. Oh, ciao. Hast du noch sauer? Ja, okay. Scheinbar nicht, aber wir haben uns nichts zu sagen. Und bist du noch sauer? Sie hat es schon wieder gesagt. Wie meine Lippen kosten. Blablabla. Oh, sie ist sauer. Oh, sie ist richtig... Oh, die ist fuchsig. Hm. Bilde ich mir das nur ein, oder seht ihr mich anders an? Ihr sagtet, ihr wollt das Lager mit Astarion teilen. Was ist denn da passiert? Aber ihr seht mich schon etwas anders an? Gut, das höre ich nicht zum ersten Mal. Kann ich jetzt mit einem Problem... Und ich hielt dich für grausam, stur und voreingenommen. Ja, das stimmt. Aber das ist natürlich auch vorbei, denn... Sie scheint ja auch... Ich möchte es nicht sagen... Eine zarte Seite. Ich weiß nicht genau, ob das das richtige Wort ist. Es... ja. Ja. Ja, und jetzt? Ja. 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 Du hast meinen Respekt gewonnen und noch mehr gewonnen. Du hast deine Wege gewonnen. Du bist effizient und dominant. In und aus der Kriege. Du hast deine Courage gewonnen. Ich versuche, du würdest die Horns aus einem Drakon zerbrechen, um ihn in den anderen. Hm. Und du bist gar nicht so blöde. Dein Scent ist genug, um meinen Nacken zu schweigen und meine Haare zu Ende zu machen. Wenn ihr mich so respektiert, warum seid ihr dann so eine nörgelige Kratzbörse? Moment, wollt ihr etwa anbandeln? Dazu wird mir noch eines einigitt. Entschuldigung. Diese Anziehung beruht auf Gegenseitigkeit, Lizelle. Ihr wisst, wie man mein Herz zum Hämmern kriegt. Wenn ich das jetzt sage... Weißt du was? Ich möchte wissen, was passiert, wenn wir das sagen. Und wir gehen danach wieder zu Schattenherz. Ich will jetzt einfach nur wissen, was passiert. Ob das was... Ob das Auswirkungen hat. Und das hat es 100%. Diese Anziehung. Hm. Animalisch. Klar, ich wollte schon immer eine heiße Gisjanki-Freundin haben. Ja, ich will meinen Körper mit euch teilen. Wenn ihr mich lieb bittet. Natürlich. Ja. Ja. Das ist alles sehr kompliziert. Schattenherz, äh, und wie geht's dir so? Oh. Ja. Das... Ja, das... Ja, ich... Ja, das... Da gibt's auf jeden Fall was Besonderes. Ich muss da unbedingt drüber reden. Ja, also... Das hat man schon... Aber so eine Beziehung wie diese, die habt ihr noch nie gehabt, oder? Even if I could remember, I'm not sure I tell you. I don't want your ego to get overinflated. Äh, heeeh... Das war... Das meinte ich gar nicht, aber... Äh, natürlich. Ähm... Ja, ich... Reden. Okay, nein, dann ist gut. Tschüss. Ich wollte es nur wissen. Oh, oh. Ich habe das... Ich habe gerade ein ganz schlechtes Gefühl. Wir werden in Zukunft viele Probleme kriegen. Wir werden ganz viele Probleme kriegen. Oh, weh. Naja. Gut. Ich hab da kurz abgeduftet, ja? Damit die Dame, äh... Das ist, äh... Ja, ne. Hier ist wieder nichts. Dann reden wir gleich nochmal mit Meister Hellsinn. Halsinn. Wir müssen mit allen noch reden hier, warte. Mh, Dito. Woher wisst ihr eigentlich so viel über die Larven? Mh. Oh, haben wir gefunden. Das haben wir gesehen und gefunden. Dieser Schattenfluch, den ihr erwähnt habt. Der kann doch nicht so schlimm sein, oder? Hm. Hm, verstehe. Und diese geheime Festung im Unterreich, was wisst ihr darüber? Ach so, warte mal. Ihr scheint euch irgendwie für diesen Schattenfluch verantwortlich zu fühlen. Well, there's hardly anyone left to share the responsibility with. Few who witness the fall of moonrise still draw breath. Well, Ketheric Thorm unleashed is not something that nature can undo by itself. Hm. Ob wir den Schattenfluch brechen können? Wisst ihr denn, wie sich der Schattenfluch brechen lässt? Perhaps. But we'll need to get closer, before I can put my theory into practice. Hm. Put it from your mind for now. Once we near the curse, then there will be more to be said. Alles klar. Okay, gut. Ich hoffe, ich war auf der Feier mit den Tieflingen zu aufträglich. Nö, ich hab einfach gesagt, hier, amüsier dich auch mal. Mehr hab ich doch nicht gesagt. Äh, diese geheime Festung im Unterreich, was wisst ihr darüber? Ja, wir waren ja da. Und wie geht's euch hier im Lager? Hm. Hm. Fairer Punkt. Nun, wenn ich irgendwie dafür sorgen kann, dass ihr euch weniger wohl fühlt, geht Bescheid. Was? Hä? Ich... Ihr werdet bald reichlich Bücher finden. Ich stolpere ständig über welche. Ist das so? Ja. Well, nature does a poor waste. I will keep watch. Thank you. I had a feeling, time in your company would prove fruitful. So, ähm, ich speicher mal und dann frag ich das da. So. Denn ich möchte die aufknospende Liebe zwischen Schattenherz und uns. Ich möchte mich unnötig belasten. Ein kurzer Blick über die Schulter. Ja, ähm, schon wieder alles? Okay. Äh, ich hoffe, ich war auf der Feier mit den Tieflingen nicht zu aufdringlich. Ich habe mich mitreißen lassen. Hm. Ich freue mich, dass ich keinen schlechten Eindruck hinterlassen habe. Gut. Dann, äh, tschüss. So. Volo. Hast du inzwischen, hast du inzwischen, äh, fertig geschrieben. Hast du einen Namen? Ah, mein guter Freund. Hm. 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 Haben eure Nach... Äh, natürlich nicht. Als ob. Äh, 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 äh. Ähm, nein. Nein. Einfach nein. Okay, tut es. Wie oft habt ihr das schon gemacht? Ich will lieber eine zweite Meinung einholen. Ich will sehen, was passiert. Ich will weggehen, aber ich will sehen, was passiert. Okay, wir werden wahrscheinlich gleich blind, wa? Vor allen Dingen, die ist doch, wir haben doch schon gelernt, wir haben doch schon gelernt, dass diese M-Made, ähm, dass die halt einfach komplett mit uns verbunden ist, auf allen Ebenen. Also die kann man nicht einfach nur wieder rausziehen, das geht nicht. Aber ich will wissen, was passiert. Und wenn ich laden muss, ist egal. Wisst ihr überhaupt, was ihr tut? Oh Gott, ich glaube, ich habe es. Augebeck. Dann ist es mein Auge. Komm, wir ziehen durch. So still wie möglich halten. Alter, der ist doch rostig. Oh Gott, das Auge, guckt euch das Augenlid. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Werkzeug beäugen mir doch gestatten, fortzufahren. Ich meine, wie weit können wir es treiben? Ich lad auf jeden Fall nochmal, aber ich will es schon wissen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin tot. Das Gehirn ist raus. Den Atem anhalten. Let's go. Cold metal presses against the skin beneath your brow. And then... Tap, tap, stab. Do you feel that? Ha! I think we have the blighter on the run. I agree. It's a feisty critter. Just... A little further. Volo tears the pick from your brain with a violent jerk. Your eye plops down into the mud. Drat. He pauses, looks down at your eye, and recoils slightly as it sinks into the mud. Oh, 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 oh. 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 There appears to be an amount of... cosmetic damage. Oh, 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 oh. Ich glaube, eines meiner Augen funktioniert nicht mehr richtig. Ist alles in Ordnung. Nein, verflucht der mein Auge rolliert. Please, try not to over-exert yourself. You're in a rather fragile state at present. Alter. I can't help but feel partly responsible. Perhaps there is something more I can do. Was? Und jetzt ist Volo abgehauen einfach. Der ist jetzt einfach abgehauen. Blutendes Auge, okay. Wir haben jetzt offenbar ein neues Auge und können unsichtbares sehen. Dauerhaft kann unsichtbare Kreaturen im Abstand von bis zu 9 Meter sehen. Kreaturen müssen eine Geschichtlichkeitsrettung vorstehen. Aber Volo ist weg. Wo ist denn Volo? Alte Scheiße, was war ja furchtbar. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ich hab Blut und Wasser geschwitzt, mir ist gerade richtig heiß. Um Gottes Willen. Und keiner hat mich gerettet? Wir haben also ein bionisches Auge jetzt. Ja, natürlich, du natürlich auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wer ist ein Feini? Wer ist ein Feini? Oh, wie er sich schon wieder freut. Guck mal. Das lenkt natürlich sofort ab. Das lenkt sofort ab. Ganz ehrlich, also mit so einem Ersatz Auge jetzt will ich das zweite Auge noch loswerden. Und die Arme vielleicht auch durch bionische. So, dann mal ganz kurz hier. Ich wollte nur mal fragen. Fällt es mit dem Auge auf? Ich beende unser Techtelmechtel. Ihr habt gesagt, dass ich mir auch ihren Respekt verdient habe. Warum? Ich hab immer Angst, was Falsches zu sagen, weil man weiß nie, wie die reagieren. Ja, und deswegen geht's. Ich behalte das Auge. Vielleicht werden wir irgendwann. Aber wir müssen auch Volo irgendwann wieder treffen, oder? Der ist jetzt einfach weg. Der ist einfach weg. Ich meine, das mit dem Auge ist eigentlich ganz cool. Auch wenn das ganz furchtbar war gerade. Und der Hirnschaden scheint keine negativen Debuffs zu haben oder so. Speak. So. Okay. Also, ihr habt gesagt, dass ich mir euren Respekt verdient habe. Warum seid ihr denn ständig so unwirsch? If you must know, Vlakith requires everything of her children. I can't count how many bruises I've inflicted. Can't measure how much blood I've drawn in the undying queen's name. I know only blood red and death black. My mind is silver and my body steel. I am what I must be. Say what I must be. To survive every beast I face and every wound I bear. Verstehe. Aber doch nicht unter... Ja, offenbar doch. Na gut. Ich wollte nochmal fragen. Ich wollte es nochmal wissen. Junge, Junge, Junge. Oh, mir ist immer noch ganz anders. Willkommen in der League of the Lone Eye, mein Freund. Oh. Not to minimize the pain of Volo's poking and prodding. But I promise, you'll be used to the prosthesis in no time. Besides, I find it gives one an air of mystique. No one's more intriguing than a man with one eye. Mmh. Ja. Schön, dass das aufgegriffen wird. Oh. Gale? What's on your mind? Ehrlich gesagt, nichts. Wollte nochmal gucken. Okay. Ich glaube, damit sind wir durch. Ja, ob wir Volo nochmal wieder... Ich glaube, wir werden Volo bestimmt nochmal wieder sehen, oder? Bestimmt. Puh, war das furchtbar. Okay. Gut. Damit sind wir beim Lager durch. Und wir verlassen es. Wieder auf dem Weg. Smaragdain. Jetzt würde ich... Oh. Der Hauer. Jetzt würde ich beim Smaragdain aber gerne nochmal gucken, ob die anderen Kollegen wirklich... sich an die neue, an Francesca gewöhnt haben. Aber das mache ich erst in der nächsten Folge mit einem neuen Auge, das man gar nicht so richtig sieht, ne? Sieht ziemlich echt aus. Cool. Und wir können jetzt Unsichtbares entdecken. Also können wir uns bei Volo bedanken. Hoffen, dass alles ganz, ganz, ganz furchtbar war. Uff. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Gehabt euch wohl. Tschüss. Gehabt euch wohl.